Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Auch wenn mit dem 1-0-Sieg am Sonntag gegen Arminia Bielefeld die neute Qualifikation für die Champions League kaum noch zu verspielen ist und sogar wieder Meisterschaftschancen vorhanden sind, wird sich am Vorabend der Verantwortlichen von Borussia Dortmund im Sommer für frischen Wind im Kanada zu sorgen, sicherlich nichts mehr verändern. Neben Niklas Süle für die Innenverteidigung und dem in Essen für die zweite Mannschaft eingeplanten Torwartalent Marcel Lotka ist mit mehreren neuen Spielern zu rechnen, wobei die Anzahl Neuzugänge sicherlich auch von den Abgängen abhängen wird. Klar scheint indes, dass der BVB für Neuzugänge nicht allzu tief in die Tasche greifen kann. Ablosefreie Verpflichtungen wie Süle wären deshalb der Optimalfall, werden sich aber vermutlich nur für 1 realisieren lassen. Eine weitere Option stellen Spieler mit 2023 Ausnahmevertrags dar, deren Vereine einen Verlust um 0-3 vermeiden wollen. In diesem Zusammenhang ist die Personalie Chani-Chak-Wurmeca interessant. Das erst 18 Jahre alte Mittelfeld-Talent von Aston Villa wurde bereits im Mai 2021 erstes mit dem BVB in Verbindung gebracht, der den Youngster seitdem augenscheinlich nicht aus den Augen verloren hat und nach Informationen von unter anderem der Westen auch weiter beobachtet. Damit allerdings ist die Borussia nicht allein, denn auch der FC Bayern München und mehrere Topklubs der Premier League sollen den englischen Union-Nationalspieler mit nigerianischen Wurzeln im Blick haben. Aston Villa freilich würde mit Chak-Wurmeca, der in der aktuellen Saison auf 0-1 in der Premier League kommt, gerne verlängern. Dieser aber will sich bis zum Sommer mit einer Entscheidung Zeit lassen. Und bis dahin dürften die Spekulationen folglich weitergehen. Ein durchaus internationales Top-Talent für den BVB, wenn man dazugreifen möchte. Eure Meinung zu dem Gerücht? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball!